Hey, was macht Freunde? Ich? Hey! Freunde, es ist wieder Zeit für ein neues... Was? Freunde, es ist wieder Zeit für ein neues... ...Youtube-Video! Jeder kennt es, jeder liebt es und ihr habt es euch alle gewünscht. Heute gibt es wieder deutsche Wörter, die mein Vater einfach nicht richtig aussprechen kann. Nein! Die nix schon wieder, ich bin richtig! Hallo! Hallo, hallo! Also, ich würde sagen, wir schmacken nicht lange, legen wir los! Ding, 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 ding! Zu viel? Zu viel. Halt, stopp! Bevor es mit dem Video weitergeht, liebe Grüße gehen raus an... Christopher Hangebab Club World Cup 2024 Ismail 475 Und wenn du auch mal gegrüßt werden willst, dann... Speichenteile... Nein, nicht! Schreib einen Kommentar! Ach so, schreiben einen Kommentar! Weil, wie ihr wisst, wir zwei picken uns aus jedem Video immer drei Personen aus, die wir im nächsten Video dann grüßen werden! Und wenn wir schon mal dabei sind, dann lass uns doch gerne ein Abo da! Nein! Um nix mehr zu verpassen! Ach so! Um nix mehr um zu verpassen! Nein! Um nix mehr um zu verpassen! Nein! Um nix mehr zu verpassen! Um nix mehr um zu... Und nix mehr um zu verpassen! Nein! Um nix mehr zu verpassen! Ja! Ich hab's doch gesagt! Um nix mehr um zu verpassen! Nicht um! Ach so! Um nix mehr um... Nicht um! Und nix mehr zu verpassen! Ja! Weiter mit dem Video! Garnele! Garnele! Was? Ja, Garnele! Neule! Nicht? Ich lerne immer so! Oh, das fängt schon wieder an! Thunfisch! Ich hab so viel mal gelesen diese Worte! Thunfisch! Nicht fransch! Thunfisch! Oh Papa! Fisch! Thunfisch! Nicht Thunfisch! Nein! Test! Ted! 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 So wie Teddy! Ted! Vielleicht Franzosisch oder? Polizei! Bolid! Was? Bolid! Wo hast du das Zei gelassen? Ah ja! Du kannst ohne Brille besser sehen! Mit Z! Z eher! Danke! Reis! 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 Ha? Reis! Warum diese Pause? Nicht Pause! Reis! Chanel! Wie bitte? Chanel! Chanel! Ja, Chanel! Wirklich L! Ja, L! Ja, Englisch! Tisch! Did! Was? Did! Auch falsch! Ted! Wirkliche Ted! Was? Was? Wer? Wo? Wo wohin? Chips! 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 Ja! Hund! 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 Wow, wow, wow! Das ist nicht wow, wow, was du gemacht hast! Das ist... Ah! Hund! Nicht Huhn! Hund! 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 Ah, 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 ah! Ja, Fleisch! 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 Ja, Fleisch! Normaler, wenn, wenn ein Kaufen... Ich habe gesagt, ich möchte ein Kilo Fleisch! Zum Beispiel Hundfleisch! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Entschuldigung! Zum Beispiel Schweinefleisch oder Ringfleisch. Aber nicht Hundfleisch. Nicht! Nicht! Ich esse nicht Hundfleisch. Kartoffeln! 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 Toilette! 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 Tee! Normalerweise, wenn wir bei Restaurants gehen, ich frage die Leute, bitte sagen Sie mir, wo ist die Toilette? Licht! 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 Geld! Was?! Geld! 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 Hahaha! Biecher! Bieche! Ja, Bieche! Becher! Wow Freunde, was war das schon wieder für eine Folge! Eine Shippelfolge! Freunde, ich würde sagen das war es dann wieder für heute. female Teilen und abo da lassen! Und ganz wichtig, einen Kommentar da lassen! Und bis zum nächsten Mal! Tschü jaaaa!